Hallo ihr Lieben, das ist das erste von zwei hochproblematischen biologistischen Videos, die ich heute machen will. Ich bin ja, wie ich in einem anderen Video mal erklärt habe, unverhofft zum Biologisten geworden. Ich hätte mir das nie vorstellen können, dass mir das passiert. Auch das werde ich verlinken hier, wer es sich anschauen will, was da dahinter steckt. Weil sich eben die heutige Sicht eben sozusagen auf das Miteinander auf dem Planeten und auch wie wir Menschen sind sehr verändert hat seit dem 19. Jahrhundert. Also wer heute Biologist ist, kann zu ganz gegenteiligen Schlüssen kommen wie die schlimmen, schlimmen, schlimmen Biologisten des 19. Jahrhunderts, wo das mit Darwin und der Evolution noch ganz frisch war. Also heute gibt es da ganz andere Einsichten und das hat mich also eher unverhofft erwischt. Und jetzt ertappe ich mich dabei, wie ich biologistisch denke, obwohl es ja total in Verruf ist und hochproblematisch ist. Und mir, da ich zufällig Philosophie studiert habe, vollkommen bewusst ist, dass es sowas gibt wie den naturalistischen Fehlschluss. Etwas verkürzt gesprochen, der Schluss vom Sein auf das Sollen. Und manchmal eben auch nur vom vermeintlichen Sein auf das Sollen. Also man hat erst das Sollen und dann interpretiert man sich das Sein so hin, wie man es braucht. So, das weiß ich alles und dennoch erscheint es mir sinnvoll, Folgendes zu sagen. Und zwar zum Thema Artensterben. Es ist ja eine völlige Banalität, dass die Anpassungsfähigkeit von einzelnen bestimmten Lebewesen Grenzen hat. Also A, sind die Mutationsraten nicht bei allen Wesen gleich. Also auch die Geschwindigkeit, mit der sich ein bestimmtes Lebewesen anpassen kann an Veränderungen, da geht es oft um Geschwindigkeit. Also natürlich nicht nur, es gibt Randbedingungen, an die kann sich eine bestimmte Lebensform einfach nicht anpassen, egal wie viel Zeit sie kriegt. Das ist einfach nicht drin. Ja, zum Beispiel kann man reden über Hitze und Kälte und noch andere bestimmte Nährstoffe, die da sein müssen und so. Wenn die da nicht da sind, dann ist es vorbei. Also Leben ist sehr verletzlich und sehr begrenzt und gleichzeitig beeindruckend widerstandsfähig. Das ist ja gleichzeitig wahr. Und was jetzt eigentlich der Fall ist und was also dieses Video mit auslöst, ist, das gibt ja Forschung jetzt jüngeren Datums, die darauf hinweist, dass das Artensterben eben durch uns Menschen nicht erst verursacht ist durch die Industrialisierung, sondern schon sehr, sehr viel länger abläuft. Also das heißt, für viele Arten sind wir schon seit Tausenden, wenn nicht seit Jahrzehntausenden Arten eine Umweltkatastrophe im Sinne von technischen Sinn von Umwelt. Wir sind Umwelt für diese Arten, also Randbedingungen. Man könnte es so hindrehen, dass eben das Anthropozän schon sehr viel länger andauert, als wir gedacht haben bis vor kurzem. Und das heißt, wir sind schon länger, zumindest auf der Erdoberfläche, mit der entscheidende Umweltfaktor für alle anderen Tiere und Pflanzen und Pilz und so weiter Arten. Ja, also wir sind also ein ganz wichtiger Umweltfaktor aus deren Sicht, der halt beeinflusst, was jetzt sozusagen möglich ist, sowohl vom Überleben her als auch von Entwicklungspfaden für andere Lebewesen. Und da gibt es eben auch Anthropozän-Gewinner. Es gibt Tierarten, die profitieren davon, dass wir da sind, haben sich sehr weit ausgebreitet, haben neue Unterarten gebildet. Was wahrscheinlich nicht passiert wäre, hätte es nicht zufällig die Spezies Mensch gegeben. Das gibt es halt auch. Und dann gibt es halt sehr viele Tierarten, die sind Anthropozän und Pflanzenarten und Pilzarten und was auch immer, die sind Anthropozän-Verlierer. Ja, da hat also die pure Anwesenheit und der evolutionäre Erfolg des Menschen dazu beigetragen, dass es diese Arten einfach schwerer haben zu überleben bis hin zur Unmöglichkeit. Da geht es nicht nur um direktes Aussterben, also im Sinne von, wir haben die halt aufgefressen, ja, so und ausgerottet vorsätzlich, weil sie zum Beispiel gefährliche Raubtiere waren. Und das hat uns gestört und dann haben wir sie halt maximal in Zoos gesperrt, aber viele haben wir auch einfach ausgerottet. Sondern es geht halt auch darum, dass wir halt einfach eben Landwirtschaft in Gebrauch genommen haben, also die ganze Erdoberfläche verändert haben, Städte gegründet haben, Böden versiegelt haben und noch vieles, vieles, vieles andere mehr. Wir sind einfach ein Faktor. Und wenn man es also so sieht, passiert was ganz Erstaunliches. Man merkt dann nämlich, finde ich zumindest, dass man also jetzt so für das Thema Artensterben und Artenvielfalt eigentlich nicht mehr sozusagen ein entweder moralisches oder eben aus der Evolution abgeleitetes Argument ableiten kann. Man muss einfach sagen, ja, das ist halt das, was passiert. Es passiert was passiert und auch bevor der Mensch da war, sind solche Dinge passiert. Jetzt passieren sie halt aufgrund des Menschen. Es ist irgendwie biologisch betrachtet ein Normalvorgang. Es ist gar nicht so dramatisch, sondern es ist natürlich die Theoretikerbrille und mit ganz großem Abstand für die einzelne Art ist es natürlich hochdramatisch. Und das ist also die Frage, meine Frage ist eigentlich, was ist unser Kernmotiv sozusagen darauf aufzupassen, dass bestimmte Arten nicht aussterben? Und letztlich, und darauf weist ja nicht nur ich hin, ist das Argument eigentlich ein hoch egoistisches. Also das, was zieht, ist gar nicht so sehr, oh, es ist schade, wenn es nicht mehr die und die Tierart gibt. Das ist ja, und wie schade, das ist irgendwie, keine Ahnung, die und die Wahlart nicht mehr gibt und das und das nicht mehr gibt und die und die Beuteltiere nicht mehr gibt. Und bald gibt es auch dieses und dieses Tier nicht mehr. Habe ich das richtig im Kopf? Ich hatte mal Kontakt zu einer Frau, die war Hamsterforscherin. Also es war tatsächlich ihr Fokus und ich hoffe, ich gebe es nicht falsch wieder, die sterben aus tatsächlich, weil sie nicht mitkommen. Und man weiß nicht genau warum und man glaubt, dass es eben die, also diese Forscherin ist der Meinung, dass es die Lichtverhältnisse sind. Also es hat Folgen für, es werden einfach weniger Hamster geboren. So. Und, also sterben nicht mehr, aber das kommt nicht genügend nach und das hat wahrscheinlich was eben mit der Lichtverschmutzung in der Nacht durch den Menschen zu tun. Und ich hoffe, ich gebe das hier nicht falsch wieder. Also das hat so gefährliches Halbwissen oder sag ich mal, es war mal richtiges Wissen, aber jetzt ist es zu lange her und da es nicht mein Leib- und Magenthema ist, so. Ich will das nur als Beispiel geben. Also da, die Frage ist eben, was ist unser Motiv gegen das Artensterben? Und mein Fokus schon seit längerer Zeit ist wirklich ein ganz offensiver Anthropozentrismus. Und das heißt, ich muss vielleicht auch offenlegen, woher kommt das? Habe ich ja auch schon oft erzählt, ich bin einer dieser merkwürdigen Menschen, die ganz lange mit Menschen nichts anfangen konnten. Also ich war sozusagen, ich bin kein Mensch, nicht als Menschenfreund auf die Welt gekommen, sondern ich war eher ziemlich misantropisch. Ich fand Menschen kacke als Kind und als Jugendlicher, ganz generell. Ich habe Tiere idealisiert. Mein erster, tatsächlich, als man mich gefragt hat, so, als man dann Kinder anfängt zu fragen, ja, was willst du denn später mal werden? War mein erster Antwort, ich will Tierschützer werden, tatsächlich. Und das war mir relativ ernsthaft, war mir relativ ernst damit, also wie so viele Kinder habe ich Tiere geliebt und fand Menschen kacke. Und das vielleicht gilt nicht für so viele Kinder, hoffe ich mal. Also bei mir war das so. Und also von dem her kommend ist natürlich weiterhin, das ist nicht weg bei mir, der Wunsch, dass wir bitte mit unseren Mitlebewesen auf dem Planeten sorgsam und empathisch und rücksichtsvoll umgehen. Meine Frage ist aber, wie ist das realistisch möglich? Und meine Antwort schon seit längerer Zeit ist, es geht darum, tatsächlich erstmal ein gutes Miteinander zwischen Menschen hinzukriegen. Aus einem puren und wirklich radikalen Anthropozentrismus und radikalen Egoismus der Spezies Mensch. Und anders als vielleicht andere glauben, bin ich der Meinung, dass dieser radikale Egoismus oder diese radikale Selbstempathie dazu führt, dass wir am Ende auch mit anderen Arten besser umgehen können. Weil was ich, also wenn man es umdrehen will, was ich für unrealistisch halte ist, dass wir dahin kommen als Menschen, sehr viel Rücksichtnahme gegenüber Pflanzenarten, Tierarten und anderen Lebewesenarten zu zeigen, solange unser Miteinander grottig schlecht ist. Also solange Menschen mit Menschen schlecht umgehen, solange also die Gesellschaft in einem schlechten Zustand ist, halte ich sowas wie Umweltschutz, Tierschutz, Pflanzenschutz, Naturschutz für zum Scheitern verurteilt. Wir werden das nicht hinkriegen. Das heißt, nur eine Spezies, die gelernt hat, erstmal miteinander gut umzugehen, also wir Menschen, also die hat tatsächlich erstmal intern eine bessere Gesellschaft realisiert, ist in der Lage überhaupt Umweltschutz zu betreiben. Und tatsächlich sich in die Ökosphäre der Erde einzufügen auf eine Weise, wo wir halt nicht selber mit drauf gehen. Das heißt also sozusagen, mein Denkweg oder mein Vorschlag ist, von einem guten Miteinander, erstmal zwischen Menschen, zu einem guten, also im ersten Schritt primär, sekundär, im zweiten Schritt zu einem guten Umgang mit all unseren Mitlebewesen. Aber wenn man diesen ersten Schritt auslässt, also wenn man nicht erstmal danach fragt, wie können wir denn überhaupt hinkriegen, dass wir Menschen miteinander umgehen, haben wir beim zweiten Schritt keine Chance. Also wir dürfen den ersten Schritt nicht übergehen. Das ist schon länger meine Annahme. Und ich muss sagen, ich komme halt gedanklich von ganz anders her. Also das ist nicht so, wie ich immer schon gedacht habe. Ursprünglich mal war ich einer dieser komischen Menschen, die es heute auch wieder gibt, die sagen, ist ja nicht schlimm, wenn der Mensch ausstirbt, das ist eh übel, das ist eh eine üble Spezies, wir sind eine Krankheit für den Planeten und so weiter. Es gibt ja viele Leute, die denken heute so, ich habe es so gedacht als Kind und als Jugendlicher und habe mich dann davon wegentwickelt. Also ich komme daher. Ja, ich war immer so hardcore Misanthrop und im Sinne von Menschen gehen ja so kacke mit Tieren und Pflanzen um, die haben nicht verdient, da zu sein. So habe ich mal gedacht als Mensch. Ganz merkwürdig, aber heute denke ich nicht mehr so. Heute denke ich, wir müssen damit dealen, wie wir sind. Also es geht auch ein bisschen um einen menschlichen Realismus und es geht darum, wie wir realistischerweise dazu kommen können. Also eine Art, wie soll man sagen, Kreislauf, Ökosphäre zu kriegen, wo wir also über unser eigenes Miteinander, über unsere eigenen Lebensvollzüge nicht automatisch die Ökosphäre so beeinflussen, dass wir selber nicht mehr gut in ihr leben können. Und aus einem puren Egoismus heraus, denke ich, haben wir ein gutes handfestes Motiv, am Ende auch mit anderen Arten umzugehen. Das heißt natürlich, dass es trotzdem Arten gibt, die aussterben, weil wir da sind. Weil zum Beispiel wir sie als reine Schädlinge empfinden und dann rotten wir sie aus, relativ gewissenlos, wie wir das aber unter der Hand immer schon gemacht haben und manchmal eben auch absichtslos, nebenher. Also es geht so ein bisschen darum zu akzeptieren, dass wir ein Faktor auf der Erde sind und auch bleiben werden. Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass die Menschheit ausstirbt. Dafür sind wir zu viele, dafür leben wir auf zu viel Erdteil und dafür sind wir technisch zu findig. Also was drin ist, ist ein Zivilisationszusammenbruch, der also für uns selber rein subjektiv, egoistisch und selbstempathisch gedacht natürlich dramatisch ist. Also dramatisch ist es noch viel zu schwach, der grausam ist und ich wünsche keinem Menschen, dass er das erlebt, weil es so schlimm ist. Es übersteigt, glaube ich, sogar unser Vorstellungsvermögen. Also das können wir, wie schlimm dieser Zivilisationszusammenbruch auf diesem Niveau, was wir jetzt erreicht haben, ist. Also sozusagen für uns persönlich, ich glaube, das können wir uns gar nicht vorstellen, bis wir es dann erleben. Das ist also auch kein Katastrophenfilm, kommt da, glaube ich, ran, uns das vor Augen zu stellen, was das bedeutet, da drin zu stecken. Also ich halte es für furchtbar, furchtbar, furchtbar und auf jeden Fall sollten wir das vermeiden. Ich bin niemand, der das herbeisehnt. Aber selbst wenn es passieren würde, glaube ich nicht, dass wir aussterben. Das kann passieren, aber aus meiner heutigen Sicht, aus heutiger Sicht meines Erachtens unwahrscheinlich. Das heißt, es werden Menschen überleben und dann geht die Geschichte wieder von vorne los. Ja, also irgendwie werden wir die Räume, die wir noch besiedeln können, besiedeln und dann werden wir uns wieder ausbreiten und dann haben wir wieder die gleichen Probleme. Also ein Reset, ja, also im Sinne von einmal Zivilisationszusammenbruch und dann bauen wir das wieder aus, wird uns gar nichts bringen. Da bringt uns keinen Fortschritt, deswegen bin ich auch kein Fan davon. Also ich glaube nicht, dass sozusagen Gesellschaftszusammenbrüche aus sich heraus dann zu besseren Gesellschaftszuständen führen. Das glaube ich einfach nicht. Was ich glaube ist, dass wir eine Chance haben, trotz unserer riesigen Koordinationsprobleme und Selbstregulationsprobleme, die wir heute haben, auf diesem hohen, hohen, hohen Gesellschaftsniveau, auf dem wir heute stehen und Differenzierungsgrad einfach, weil wir so viele Menschen gleichzeitig sind, eben acht Milliarden, dass wir auf diesem Niveau fähig sind, Transformationen hinzukriegen, gesellschaftliche, die uns hineinführen, sich einfügen in die Ökosphäre der Erde. Und das schließt aber ein, dass wir weiterhin trotzdem Arten zum Aufsterben bringen, bestimmte, ja, manche absichtsvoll und manche absichtslos. Und ich halte es für eine gute Sache, das zu akzeptieren, dass das einfach unvermeidlich ist, weil es sozusagen, wenn man etwas Abstand nimmt, also sozusagen wirklich hardcore biologistisch denkt, hardcore evolutionär, es ist ein Normalvorgang, ja. Mutation und Selektion, es gibt eben auch die Selektion. Und dass wir selber ein selektiver Faktor ist, das ist, glaube ich, können wir gar nicht vermeiden, selbst wenn wir wollten. Wir können gar nicht alle Arten erhalten. Und das soll jetzt kein Freibrief sein, alles irgendwie abzuschießen, abzumurksen, aufzuessen, Lebensräume zu zerstören, weil wir eigene Motive haben, das nicht zu tun, weil wir auf viele Arten zum Beispiel angewiesen sind. Oder weil wir manchmal auch manche Arten einfach schön finden, dass die da sind, weil sie das Leben schöner, bunter, angenehmer machen. Ich glaube also tatsächlich ernsthaft an einen positiven Egoismus der Menschheit, dass es den auch gibt und dass wir den gezielt kultivieren können und auch sollten. Und ich glaube, dass tatsächlich über den Weg, dass wir über die Eigenempathie letztlich in die Fremdempathie kommen. Und das bedeutet dann logisch, also wenn man so denkt, wie ich denke, dass der Mangel, den wir eigentlich heute haben, Mangel der Eigenempathie ist. Also wir sind nicht zu egoistisch, wir sind noch zu wenig egoistisch. Wären wir egoistischer, würden wir nicht so mit der Umwelt umgehen, wie wir es tun. Also deswegen fordere ich einen radikalen Anthropozentrismus und einen radikalen menschlichen Egoismus, weil ich aus dieser Motivik heraus, aus auch einem besseren Umgang mit uns selber und miteinander, glaube, dass wir auf diesem Weg eine viel höhere Chance haben, letztlich dann mit anderen Tieren, Pflanzenarten und der ganzen Ökosphäre sorgsam, also eher gärtnerisch, positiv, freundlich gärtnerisch umzugehen, statt wenn wir eben jetzt moralisieren und sagen, ja, aber die Art muss doch erhalten werden, also so ein leeres, abstraktes Säulen. Ich glaube nicht, dass das eine hohe Chance hat, letztlich Wirkung zu zeigen. Während radikale Eigenempathie und Egoismus vielleicht eine doch gute Chance haben. Aber da kommt dann eben ein wichtiger Zwischenschritt, wir müssen erstmal in der Gesellschaft besser miteinander umgehen. Wir brauchen bessere Verfassungen, bessere Gesellschaftsformen, wir brauchen mehr Empathie erstmal zwischen uns Menschen. und wenn wir die haben, also wenn wir ein empathischeres gesellschaftliches Klima geschaffen haben, in dem wir nicht so grausam miteinander umgehen, wie wir es bisher tun, denke ich, dass wir Menschen in einen Zustand kommen, in dem wir auch ein natürliches Bedürfnis haben, mit Tieren und Pflanzen besser umzugehen als bisher. Aber Menschen, die permanent erleben, dass andere Menschen mit ihnen schlecht umgehen, von diesen Menschen zu erwarten, in diesem Zustand, in dem sie das bringt, also permanentes schlecht behandelt werden von anderen Menschen, bringt uns Menschen in einen Zustand, wo, wenn dann jemand auf uns zutritt und sagt, ja, aber ihr solltet mit Tieren und Pflanzen besser umgehen, das verfängt nicht mehr. In diesen Menschen ist so viel kaputt gegangen, also ich würde sagen, in uns allen ist so viel kaputt gegangen, dass diese Appelle, diese moralischen Appelle dann einfach ungehört verheilen. Das ist, also irgendwas in unserer Seele, ganz pathetisch ausgesprochen, sagt dann, fickt euch. Mit mir wird auch Scheiße umgegangen. Warum soll ich jetzt mit Tieren und Pflanzen gut umgehen? Ich erlebe hier die ganze Zeit Leid. Meine Bedürfnisse werden bagatellisiert. Über mich wird drüber gegangen. Mir wird Grausamkeit von anderen Menschen angetan. Ich erlebe andere Menschen als unfreundlich. Und jetzt soll ich aber total empathisch sein mit anderen Menschen und mit Tieren und Pflanzen. Ihr könnt mich mal. Das ist, denke ich, was seelisch passiert, was psychologisch passiert. Und das heißt, der Weg in den Umweltschutz führt über den Menschenschutz. Ja, weil wir halt auch selber ein Stück Natur sind. Es geht hier, also in diesem Video mal wieder, um die Natur, die wir selber sind und um unseren primären schlechten Umgang mit dieser Natur, die wir selber sind. Also mit uns selbst, miteinander. Und das müssen wir ändern. Wenn wir also eine Chance haben wollen, uns in die Ökosphäre der Erde gut einzufügen und eben zu einem zwar für manche Arten fatalen Faktor, aber eben nicht für uns selber fatalen Faktor auf dem Planeten zu werden. Und das schließt dann aber die Koexistenz mit vielen Pflanzen und Tierarten ein. Das ist drin, denke ich. Das ist machbar. Das hat realistische, pragmatische Umsetzungschancen. So sehe ich es. Das heißt, auch dieses Video halte ich nicht für ein idealistisches, sondern für ein ganz praktisches, pragmatisches Video. Und der Weg ist halt wie immer, ich denke, es führt über die Losdemokratie. Aber das werde ich hier jetzt nicht weiter ausführen, weil es halt mein Dauerthema ist. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass die Demokratie, dass die Isonomie gelost werden muss.